Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Julia. Schön, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut und heute wollte ich noch mal ein Lehrvideo machen bezüglich des Bruststandes und ja ich hoffe, dass euch mein Video gefällt und ihr Erfolg beim Üben habt und ja ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Danke, wir starten mit einem kurzen Warm-up für den Rücken. Wir machen zehn Wiederholungen. Und ein letztes Mal. Um die Rücken etwas zu dehnen. Greifen die Füße. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wenn ihr das geschafft habt, versucht ihr es ohne Hilfe, indem ihr euch über das Becken nach vorne rollen müsst. Ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Danke fürs Zuschauen.